Das können z.B. so welche Missionen können die... Okay, ja, Stufe 38. Oder Stufe 50 wieder ein bisschen schwer, sehr idiot. Na gut, dann werden wir halt einfach aufs Rezept schauen. Und machen wir mal auf der Liste das mit den Knochenspittern. Feste Sehne haben wir ja schon. Da haben wir anscheinend für ein paar mehr, das ist gut. Dann schauen wir gleich gleich mal auf die Knochenspittern. Können wir da überhaupt Knochenspittern kaufen? Da, Knochenspittern. Verkaufen wir gleich mal, gescheit auch. So, für was haben wir ja das Geld gekriegt, damit wir es auch ausgeben können. Na gut, bin ich gespannt. Ich kaufe einfach jetzt einfach mehr ein, weil ich halt immer die Befürchtung habe, dass es halt einfach alles gleich kaputt geht. Na mal. Ah, 60 Stück können wir ja machen. Also, ah, kann trip top drauf passen. Äh, okay, bitte dazu, nein, die Kamera, danke schön, ich hoffe, Versorgspielen. Yeah, perfekt. Perfekt, 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 perfekt. Ah, da haben wir ja auch gleich wieder. Und, Marmoritis Auge. Ja, Marmoritis Auge. Passt. Kaufen wir gleich gleich das nächste, damit wir da schön brav, groß und stark wären. Da haben wir sie. Marmoritis Auge. Ja, das wird definitiv als Ehre-Spaß, das sage ich. Aber für was? Habe ja das Geld gekriegt. Schieß. Oh, schee. Schee, 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 schee. Na gut. Ich bin gespannt, ob man das noch alles verkaufen oder Knochenstab und ob man das vielleicht sogar irgendwann man die brauchen könnte. Aber ich bin schon fein. Oh, okay. Ist schon mal Arschkuren. Okay. Vielleicht sind wir ja noch nicht zu weit. Oh, jetzt darf uns aber kein Fehler passieren. Jetzt darf uns aber kein Fehler passieren. Ja, Mann. Perfekt. Perfekt. Ver-i-de-lui. Okay, da brauchen wir wieder den Kupfer-Bahn. Ah, naja, das war Kupfer-Erz. Jetzt brauchen wir den Kupfer-Bahn. Wo haben wir denn den Kupfer? Machen wir das gar nicht hier. Oder muss man daraus mehreren Kupfer-Erz und Kupfer-Pahn machen? Ja, ja, schaut so aus, schaut so aus. Alles klar, das würde ich gerne durchziehen. Wollen wir sicher wieder so 10 Stikeln draus? Ja. Wollen wir sie wieder so 10 Stikeln draus? Ist ja, ist ja scheiße, das habe ich ja. Scheiß auf. Mal das noch einmal im Jahr. Let's go. Ähm. Ne, da muss man erst einmal das zusammenbauen, dass das einmal möglich ist. Ah, Qualität, kann man da auch gerne mal erhöhen. Interessant. Kann ich das auch im Nachhinein noch? Nein, nachhinein kann ich das nicht mehr. Alles klar. Ja, das... Wird noch besser. Lieber öfters. Definitiv. Sollten wir lieber mindestens 5 Stikeln draus machen. 5 Stikeln sollte man mindestens draus machen. Dass das auch was gescheites wird. Ja, moin. Oder machen wir gleich auf Stufe 7. Ja, wenn's geht, dann machen wir gleich Stufe 7. Was kriegen wir dann... Ah, so viel kriegen wir eigentlich gar nicht mehr. Machen wir... Machen wir Veredelung. Ah, mein. Na moin. Ja, es kann immer wieder was passieren, das ist eh klar. Jetzt bin ich gespannt. Können wir ruhig die Qualität hochschrauben. Jetzt wird's ein bisschen eine raskante Geschichte. Ja, dann... Ja, perfekt. Und gleich mal Stufe 7 auch noch. Ideal. Nice. So. Dann hätte ich gesagt gehabt, schauen wir mal zu ihr vorbei. Was haben wir denn da? Nett. Nett. Ah, da gibt's ja... Ui, da gibt's aber wieder cool das auch. Ah, okay. Da bauen wir dann wahrscheinlich auch dann... Ah, okay. Dann, ähm... Kann man das vielleicht sich dann auch ein bisschen so das Geld ersparen. Wenn man dann so beide Sachen macht. Minen und des. Aha. Alles klar. Na gut, dann schauen wir mal. Zivil... Ähm... Kupferkehlstücke, gell? Kupferkehlstücke hätte's gern. Was willst du da? Kupferbahn und Gliederbrauchts. Kupferbahn. Ja, dann machen wir da gleich mal wieder ein paar Stikel. Definitiv. Wusste ich nicht. Ist für eine Fähigkeit. Ist das... 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 Ja, oder... Okay. Okay. Das... Ja, vielleicht... Ja, wie du dann herausfinden. Machen wir mal kurz das eine? Und dann das andere vielleicht... Vielleicht willst du die... Belastbarkeit... Ja, das war immer schon da. Das... Habe ich mir schon gedacht. So... Kupferkehlstücke, gell? Kupferkehlstücke. Kupferkehlstücke. Ja... Dann... Schauen wir mal ein wenig an Leder. Dass wir da noch ein paar Stikeln kriegen. Oder müssen wir dazu... Nein, müssen wir gar nicht. Haben wir vielleicht auch gehabt. Vielleicht müssen wir da extra dann zur Weberei vielleicht rüber... Da... Vielleicht irgendwie so was machen müssen. Sonsten müssen wir mal teilen. So wie es erwarten. Teils. Passt. Na gut, dann machen wir das einmal, oder? Let's go. Schauen wir mal, dass wir das da anfertigen können. Im Prinzip, falls es uns nicht wie nicht ausgeht, können wir wenigstens eine Spezialfähigkeit dann aktivieren. Damit es dann halt auch wirklich klappen sollte. Wie viel kriegt man? 30... 30... 30, Leute. Schon kurzer. 30... Heiyuuu. Oh shit... Ich hab das noch ein bisschen mehr... Weiter nicht... Der Mehr auf einmal soll er auch produzieren. Das wäre ein Gefichtschiliger. Ja, okay. Später, wenn man Stufe 18 hat, dann auf alle will. Dann geht's. Ist mir halt wirklich geil, wenn ich das halt so in mehreren Stücken halt machen könnte. Ah, gut. Ist halt so. Ja, wir haben dabei eh genug. Wir müssen sowieso drei anfertigen. Da brauchen wir sowieso alle Punkte, was wir kriegen können. Gibt das dann eh klar? Ah, schaut gut aus. Hoffe ich mal zumindest. Dadurch, dass wir eigentlich hier relativ gute Fähigkeiten haben, geht das eigentlich eh klar. Und ich hoffe mal, dass ich sag, oh, es geht. Aber es sollt gehen. Ja, es sollt gehen. Das ist auch gleich mal Stufe 8. Hey, hey. Dann haben wir wenigstens gleich mal Stufe 8. Ideal. Einmal geht noch. Let's go. Dann haben wir ja schon alle drei. Ich frage mich, ob dann auch vielleicht so eine aufregende Mission, also so ein bisschen ein kleines Abenteuer auch offenswart. Irgendwie sind die Rüchte oder so. Ist auch interessant. Perfekt. Alle drei haben wir. Let's go. Hat er geht's. Ja, was? Wir haben es geschafft. So, das gehen wir alle drei, da bitch, da. Oh, dann erklär mal. Oder kommt es erst dann später zustande? Ah, das wird sowieso fix die nächste Mission werden. So, was nehmen wir sie denn? Ah, ich glaube 5 und 10 ist gut. Ah, die Schuhe sind auch gut. Ja, dann nehmen wir sie die Schuhe. Oh, nice. Ja, dann können wir wieder gut was ausmachen. Ja, dann können wir sie sich irgendwie das Gutes wieder machen. Wahrscheinlich wieder Stufe 10. Immer so in 5er Schritten werden sie da was machen. Wir haben was für die Schuhe, gell? Ja, aber die Schuhe. Na, moin. Ich frag mich zwar, warum ich die anderen noch nicht ausgerüstet habe, aber na gut. Ach so, weil... Ja, okay, 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 okay. Weil man halt... Weil das nicht für jede Klasse geeignet ist. Nebemann. Na moin. Ne, man, das ist gut. Ich frag mich, ob das dann auch jedes Mal auch gespeichert ist quasi. Na gut. Wie schaut's denn aus? Wir haben einen Knochenstab noch nicht gemacht. Und da fehlt uns noch der Oberschenkelknochen.